Ich denke, der Benedikt XVI. war der bedeutendste Bayer und bedeutendste Deutsche wahrscheinlich der letzten 500 Jahre und er war natürlich auch die Gebirgsschützen sehr verbunden und es ist uns heute eine ganz große Ehre, dass wir an seiner Beerdigung dabei sind. Das ist ein sehres Beispiel für die Bibel, die Bibel und die Bibel, die Bibel und die Bibel. Das ist ein sehres Beispiel für die Bibel und die Bibel. Die Bibel ist ein sehres Gefühl, dass wir heute hier leben und diese Erinnerung haben. Ich denke, der 16th ist, um, ja, ein solid Rock für die Kirche. Er ist eine reale Inspiration für die Seminarians in meiner Generation. Wir alle readen seine Arbeit in Seminarien, und viele von seinen Büchern sind für uns. Und als ein Mann, der durch den Council und der verändert die Kirche, wie er macht, ist es wirklich toll, um ihn zu sein zu sein zu sein zu sein. Für den ersten Mal, ich kann nicht glauben, wie seine Humilität und seine Liebe für die Kirche, seine Piety kamen durch, als er in dieser Balkon kam, für den ersten Mal. Und ich dachte, ich muss hier sein, weil er mein Pope ist. Für mich war es, die Hoffnung in der Kirche in der Kirche, weil ich denke, dass der Papa Juan Pablo II hat die Brüche geöffnet. Der Papa Benedikt XVI hat die Brüche geöffnet, und der Papa Francisco hat die Brüche geöffnet. Für mich ist der Papa Benediktus, die Hoffnung ist, 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 ich denke, ich glaube, es gibt keine Worte, was der Papa Benediktus ist für uns. Und wir werden uns niemals darüber nachdenken, was er bedeutet für die Kirche. Schönen Tag, der ocurre, ist, 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 in diesem Fall. Schönen Tag, wer im goberen Tag. Schönen Tag und wie gesagt. Schönen Tag und da bis zum Beispiel. Schönen Tag! Schönen Tag und da bis zum Beispiel! Schönen Tag, weil ich sie in den Beruch ist. Schönen Tag, wenn ich hierher bin. Schönen Tag! Vielen Dank.